Leute, was geht ab? Ich bin Sam von der GanglossTV und heute gibt es wieder ein Wettessen. Wir haben krank drei Abonnenten gemacht. Es ist krank. Drei Abonnenten, wir haben jetzt 41 Leute. So was motiviert uns heute? Ich sage euch nur etwas. Bei 50 Abonnenten ist der nächste Special auf euren Nacken, Leute. Leute, für euch immer das Beste. Problem ist mit Pizza, ich weiß, das ist komisch, aber... Also, wir essen uns jetzt die Problems und wir essen. Jawohl. Wir haben noch was, damit es fair bleibt. Das ist jetzt immer live, immer in die Kamera schieben. Ja, ungefähr. Ja, der Belieger muss 24 Stunden Ja sagen. Teil zwei Leute. Wir haben das schon mal gemacht. Er musste das, er musste leiden. Ah, letztes Mal muss ich was machen. Okay, Leute, darf ich euch sagen? Also, wir haben wieder die Jalapenos Pizza, diesmal hat er auch eine. Ja, das war gestern ein bisschen unverfassbar. Oh, du hast trotzdem gefangen. Aber heute werde ich gewinnen. Da ist noch ein Haar drin. Heute werde ich gewinnen. Hey, 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 hey. Ich werde kassieren, ey. Okay, drei, zwei, eins, go. Schill. Mmh. Es ist aber immer glücklich. Oh, du wirst die Promis noch besser schmecken, wenn du die in die Pizza hattest. Ah. Oh! My God. Die nächste Frage ist, wenn wir... ...werden wir ein Video machen, dass es etwa 20 Sekunden gibt. Ihr könnt ihr dann wieder unten in die Kommentare schreiben, was die Spiele, die spielen sollen, das, ähm, Warzone oder so, keine Ahnung, so viele Sachen, die ihr in die Kommentare schreibt, aber die es auch beim Handy gibt, Leute. In die Kommentare im nächsten Video. Unsere Babys fürchtige Momente haben, spielen wir dann diese Spiele so, als auf dem Wettungsfest. Ist ja... ...stelle vor, wir machen mit diesem Video 500 Leute. Und... ...das ist unser größter Traum. Über 20 Leute. Und unser Ziel... ...ist... ...derum zu werden. Nein. Nicht nur das... ...sorten irgendwann mal 1000 Abonnenten zu haben. Mhm. Für... ...er... ...für... ...leicht und so. ...wälter... ...zu hàng... ...und. Alles gut. ...und nichts so gut. zwei, zwei, drei, drei... ... Kryptون, guerräte Musik umgehen zurück und Imposition. Ja pamię... ...seil sie auch... Vor einer halben Stunde habe ich die Zelle endlich beendet, nein, vor einer halben Stunde Er hat auf eine Bestrafung durchgezogen Es ist krass gewesen, hier Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Nein, nein Ei 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 Musik 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 Beg! Biro! Kram! Wir haben eigentlich Youtube aus Spaß genommen, weil es uns Spaß gemacht hat, ne? Wegen euch allen geht's nur noch um die Abonnenten. Aber es geht einfach darum, uns macht es Spaß zu machen. So wisst ihr. Man kann Videos machen auch wenn man ein Abonnent hat oder so. Jetzt schon. Eben. Wenn ihr euch mal vorhin habt, ihr habt nur ein Abonnent. Dann gibt ihr auch. Das ist falsch. Wir hatten eine gewisse Zeit 30 Abonnenten. So, da habe ich weitergemacht. Dann sind wir schon 40. Wisst ihr. Und das geht immer über die Jahre weiter. Ich weiß nicht, ob ihr Videos als Abonnenten habt, ist doch egal. Wir machen ja bei jedem Video über 2 Likes. Und das geht jetzt noch mal. Und es geht noch mal. Bis zum nächsten 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 Mal. Peace.